Nach einer langen Wartezeit erlebt Borussia endlich eine taktische Revolution. Was hat Sioane vor, um diese Revolution zum Erfolg zu führen? Bevor wir uns in diese aufregende taktische Wende vertiefen, laden wir euch alle herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren, die Benachrichtigungen zu aktivieren und euch über alle Neuigkeiten aus der Welt des Sports auf dem Laufenden zu halten. Jetzt aber zum Wesentlichen. Borussia Mönchengladbach kehrt endlich zu einer Formation mit zwei echten Stürmern zurück, Thomas Quankara und Jordan. Vor knapp zwei Wochen hat die Gladbach-Mannschaft etwas erworben, was sie schon lange nicht mehr hatte, zwei echte Stürmer. Zuerst wurde Thomas Quankara für eine stattliche Summe von Sparta Prag verpflichtet und zum Ende des Transferfensters kam Jordan auf Leihbasis vom Union Berlin, einem Team, das in der Champions League spielt. Im Spiel gegen Bayern teilten sich beide die Führung auf dem Feld, wobei Quankara 60 Minuten spielte und Jordan 30 Minuten. Der aktuelle Trainer von Borussia, Gerardo Sioane, betont die Bedeutung eines Mittestürmers in seiner Taktik. Mit Quankara und Jordan, die jeweils unterschiedliche Qualitäten mitbringen, muss das Team entscheiden, wie man dieses Duo am besten einsetzt. Die Kombination aus einem agilen und einem physisch starken Stürmer könnte eine interessante Option sein, aber Sioane betont, dass dies nicht die Haupttaktik von Anfang an sein wird. Die Wiederbelebung des Sturmduos bei Borussia Mönchengladbach verspricht eine aufregende taktische Revolution. Wie sich diese Partnerschaft entwickeln wird und wie Trainer Gerardo Sioane sie einzusetzen plant, sind Fragen, auf die alle Fans gespannt sind. Und ihr, Borussen-Fans, freut ihr euch auf dieses Sturm-Duo? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Bleibt dran an unserem Kanal für weitere Sport-Updates und vergesst nicht, euch zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Danke, dass ihr uns begleitet. Danke, dass ihr euch habt.